jetzt ha 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 guten Tag wir sind heute hier bei der Monika und Lachen bei mir für das perfekte Dinner ich habe heute auf meiner Tatsache vorbereitet einmal rechstes Verband auf Tisch gemacht ich musste dran zu essen lassen und für wen ist das Essen? für meine 3 Freunde fehlen die Monika und Lachen und was ist das? dann habe ich noch ein bisschen was passiert was ist das denn? eine Käseplatte sind so gut etwas Witt und etwas Salami und dazu der gute Frechennetz mit der Karriere aus den Jahren 2007 die Wettste empfehlen und diese klassische Musik? Fickung so in der Saig